hallo ihr lieben und herzlich willkommen zum wieder video für den juni dieses video ist sowohl für sternzeichen wieder als auch für den aszendenten und falls das diesmal nicht ein thema trifft dann schau dir gerne auch das video zu deinem aszendenten an außerdem habe ich schon für den sommer also juni juli august die liebes readings hochgeladen also schau gerne rein wenn es dich interessiert schauen wir mal was du für ein thema im juni hast eine karte bitte na da fällt schon eine raus das ist die vertrauensbruch karte es muss nicht unbedingt ein vertrauensbruch innerhalb einer beziehung sein im sinne von fremdgehen es geht hier einfach allgemein um vertrauensbruch und ich bin mal sehr gespannt was die lennemann karten dazu noch zu sagen haben ich verwende die lennemann karten licht und schatten von der angelina schulze und ich habe die karten im vorfeld schon für dich gemischt das heißt wir können gleich anfangen ok eine karte möchte sich noch zeigen die störche also wenn beim mischen noch mal eine karte raus fällt dann ist es einfach immer so dass die noch dazu gehört dass die sich zeigen möchte haben das haus und jetzt spinnt meine kamera wieder das buch der blumenstrauß die fische ich muss immer die erste reihe ganz vorsichtig hinlegen wegen meiner kamera sonst straft sie mich gleich wieder mit einem unscharfen bild an der unterseite vom deck haben wir den mond die karte an der unterseite vom deck gibt auskurs darüber warum sich hier überhaupt handelt also es noch mal eine zusatzinformation zu der themenkarte und der mond steht für gefühle und ich spüre hier ganz stark aus dass es bei den meisten von euch tatsächlich um irgendwelche beziehungsgeschichten handelt ja wir haben hier den vertrauensbruch und mit den störchen ist eine veränderung angezeigt in der mitte von vom reading liegt die sense und das ist auch sehr wichtig ich spüre hier diesen aspekt von einem ende von etwas und gleichzeitig auch dass etwas plötzlich passiert also oftmals sehr unerwartet ich sehe hier das haus liegen und das steht hier ganz eindeutig für dein privat leben aber auch für das was dir so sicherheit vermittelt was dir geborgenheit vermittelt für einige von euch kann es hier auch um eine langjährige beziehung gehen das bekomme ich auch rein und hier kommt etwas ans licht hier wird etwas aufgedeckt und das hat ja mit also das buch steht oftmals für ein geheimnis für neue informationen die ans tageslicht kommen der blumenstrauß hier der zeigt mir es geht um um etwas ja ums thema freude spaß aber mit dem blumenstrauß geht es auch immer um einladungen also das heißt für einige von euch bekomme ich tatsächlich rein dass es darum geht dass hier etwas aufgedeckt wird von irgendwelchen treffen ja da ist diese karte gar nicht so falsch mehr sag ich dazu nicht wir haben hier den bären und der bär steht hier für eine wichtige person der hier wirklich seinen beitrag dazu leistet dass hier diese freude quasi wegfällt also es da kommt plötzlich was ans licht was da freude beendet den grund zur freude den man vorher hatte hier die karte liegt im verborgenen also im dunkeln man weiß das nicht man was das ist man kann das einfach noch nicht wahrnehmen noch nicht sehen und mit den fischen geht es hier um die tiefen gefühle also die gefühle sind noch da man kann sie aber nicht wahrnehmen und ich bekomme das sehr stark bei euch rein bei einigen von euch ist es so dass bei euch die gefühle nicht mehr fühlbar sind obwohl sie eigentlich noch da sind also so wie wenn sie überdeckt sind durch etwas anderes aber tief im innern sind sie noch und für einige von euch bekomme ich rein dass es darum geht um die gefühle von eurem gegenüber die durchaus noch für euch vorhanden sind aber ihr merkt es einfach nicht mehr also auch in beziehungen wo ein partner zum beispiel fremd geht kann er trotzdem noch gefühle für sein partner seine partnerin haben das ist oftmals so es gibt leute die mögen einfach nur jemand zusätzlich haben die dame hier die dame steht in meinen allgemein readings immer für dich unabhängig davon ob du ein mann oder eine frau bist also sie ist geschlechtsneutral und wir betrachten hier die zukunftstendenz die schon im juni stattfinden sollte also wir haben hier die lilie die für partnerschaft für harmonie aber auch für sechs steht und die schlange und ich nehme hier die schlange für viele von euch so war also es ist ja die klassische verzögerungskarte zum einen die alles komplizierter macht das heißt eine beziehung da wird sehr schnell etwas beendet und es wird komplizierter gleichzeitig oder ja für einige ist auch so dass diese beziehung verletzt wird mit der sense das bekomme ich auch rein und dass hier einiges komplizierter wird und du schaust direkt auf diese komplikation für einige von euch ist es so dass die schlange für eine frau steht und das ist klassisch entweder eine ex partnerin oder eine schwiegermutter jemand der sich hier ein mischt sehr sehr interessant ich möchte jetzt hier nochmal nachfragen wie du zu dieser schlange stehst und ich verwende hierfür mein altes lennemann licht und schatten deck das ist etwas kleiner aber ansonsten nahezu identisch eine karte bitte ok die mäuse ja für dich ist es so dass empfinden das von dieser person etwas ausgeht was dir einen verlust bringt also du hast ja kein gutes verhältnis zu dieser schlange beziehungsweise bei denen wo es einfach um komplikationen geht dass einfach die beziehung komplizierter wird da habt ihr auch verlust ängste und manchmal geht das auch tatsächlich in den verlust gut dann möchte ich doch gerne wissen wie das für dich weitergeht hier hätte ich gerne noch mal eine karte für die weitere zukunftstendenz und das muss jetzt nicht unbedingt im juni schon zutreffen eine karte bitte der blumenstrauß und am ende vom deck der baum ok für diejenigen von euch die sich hier mit anderen leuten getroffen haben das wird dann wieder weiter gehen also der blumenstrauß ist einfach der grund zur freude für die einen ist es so ja dass sie ihre beziehung retten können für die anderen ist es so dass sie ja sich weiter mit jemand anderem treffen können je nachdem was deine situation ist der blumenstrauß bedeutet für dich ein grund zur freude und ich sehe hier mit dem baum auch das gesunde wachstum und die stabilität also diese situation wird wieder in eine gewisse stabilität kommen auch wenn sich hier etwas verändert ich bekomme auch für einige von euch rein dass diese veränderung für euch positiv ist da geht es darum dass diese trennung für euch positiv ist und das für euch hier ein dass ihr einfach stabiler werdet weil das natürlich auch eine belastung für euch dargestellt hat und jetzt seid ihr frei ihr könnt euch ja wieder weiterentwickeln war sehr interessant jetzt möchte ich doch zu gerne wissen was hier an dem blumenstrauß der rat für euch ist welchen grad beinhaltet das veränderung ok das heißt für euch ist der rat der berg am ende vom deck der rat der karten ist hier dass ihr euch auf diese veränderung einlassen sollt und etwas blockieren sollt für einige ist es so nimmt diese herausforderung an weil der berg steht ja auch für eine herausforderung ich spüre schon es ist bei euch so unterschiedlich die situationen du musst wirklich bei dir rein fühlen wie es bei dir ist und eben wenn du den eindruck hast das passt absolut gar nicht zu deinem leben dann schauen das video zu deinem aszendenten an ja schauen wir mal hier weil es passt nicht immer zu jedem also gerade wenn es um beziehungssachen geht ist es oft möglich dass es sich in einer anderen art von beziehung widerspiegelt in einer freundschaftlichen beziehung was halt auch noch dazu kommt ist es kann einfach nicht auf alle wieder zutreffen jedes reading oder eben es ist vielleicht in einem freundschaftlichen bereich wo du ja was du gar nicht so stark wahrnimmst jetzt wenn du dieses reading anschaust weil du gar nicht auf die idee kommst das erlebe ich auch sehr oft jetzt schauen wir mal was gibt es hier noch für ein rat für meine vita ein rat bitte aber ich würde dir wirklich empfehlen noch das liebe reading anzuschauen dass du ein paar mehr informationen hast was ist der rat für meine vita jeder fallen zwei raus stifte frieden zuerst im innen dann im außen also das heißt ja das heißt was es heißt guck dass du zuerst bei dir in den frieden kommst mitte dieser situation und schau dass du auch nicht nach außen hin dann krieg führst sorge für ausgleich sorge für ausgleich heißt zum einen für dich dass du für dich ein ausgleich findest damit du innerlich in den frieden kommst aber auch wenn es offene rechnungen quasi zwischen euch ich meine das jetzt nicht unbedingt im finanziellen sinn sondern ganz allgemein dann schau dass du das irgendwie ausgleichen kannst dass wenn es zur trennung kommt dass das in frieden passiert unabhängig davon von wem die trennung jetzt ist weil eben ich sehe ja hier beide optionen für diese trennung für den nebenbuhler und für den der in der beziehung ist das ist wirklich spannend wow ihr leben ich wünsche euch alles gute falls ihr dieses reading schätzt weil es euch in gewisser weise weiterhilft dann lasst mir gern ein like da gerne auch ein kommentar interessiert mich immer sehr wie das bei euch ja wie sich das manifestiert dann wünsche ich euch alles gute kommt gut durch den juni ja